Hallo, mein Name ist Martha Hannepel. Ich bin Team Lead bei Xing Business und habe heute den Teilnehmern vom Hochschulbarcamp die Möglichkeiten für Hochschulen und Studierende auf der Xing-Plattform vorgestellt. Ich finde das Hochschulbarcamp immer ganz inspirierend, weil sich alle Social Media, Alumni-Clubs-Manager und Menschen, die in Unis mit Digitalisierung und Social Media Projekten zu tun haben, treffen, das ganz inspirierend ist, weil die Agenda aus den Teilnehmern heraus entsteht und alle nach Hause gehen und sagen, ja das hat mir wirklich was gebracht. Meine Präsentation richtet sich in erster Linie an Menschen, die in Career Services arbeiten und da soziale Medien für ihre Arbeit einsetzen, in zweiter Linie an Alumni-Manager, die das für ihre Alumni-Arbeit gebrauchen können und in dritter Linie natürlich auch an alle anderen Interessierten. Das ist gerade im Semesterschlaf oder in der Semesterpause. Wir bieten aber künftig ein Trainings- und Informationsangebot für Career Services an. Die erste Veranstaltung findet im April in Frankfurt statt und wer sich dafür interessiert, wie man Xing in der Career Service Arbeit nutzen kann, kann sich gerne an mich, Martha Hannepel oder Konstanze Böhme wenden. In die ethischen Kadern ist es acontec ejerlich. Kapitelか